Ölhahn aufmachen. Und dann musst du den Benzinhahn aufmachen. Den nehmen wir noch mal einen. Und dann musst du drei Sekunden dupfen. Die Zündung ein wenig zurücknehmen. Die Zündung einschalten. Und dann musst du das Schwungrad, das hat so einen Pfeil, den musst du genau da hinschauen. Und dann kannst du es nicht bekommen, wenn du es anzulagst. Das hat noch nicht gelangen. Das hat noch nicht gelangen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020